Einer der bemerkenswertesten Aspekte des menschlichen Gehirns ist seine Fähigkeit, Muster zu erkennen und zu beschreiben. Eines der schwierigsten Muster ist das Konzept turbulenter Strömungen in der Fluiddynamik. Der deutsche Physiker Werner Heisenberg sagte einmal, wenn ich Gott treffe, werde ich ihm zwei Fragen stellen. Warum Relativität und warum Turbulenz? Ich bin überzeugt, dass er eine Antwort auf die erste Frage haben wird. Zwar ist es schwierig, Turbulenzen mathematisch zu verstehen, doch wir können sie mithilfe der Kunst darstellen. Im Juni 1889 malte Vincent van Gogh kurz vor Sonnenaufgang die Aussicht aus dem Fenster seines Zimmers in der Anstalt Saint-Pens-de-Mossol in Saint-Rémy-de-Provence. Dort hatte er sich selbst eingewiesen, nachdem er bei einem psychotischen Anfall sein Ohr verstimmelt hatte. Für sein Gemälde Sternennacht schuf er durch kreisförmige Pinselstriche einen Nachthimmel mit wirbelnden Wolken und Sternen. Van Gogh und andere Impressionisten stellten das Licht anders dar als ihre Vorgänger. Sie schienen seine Bewegung einzufangen, zum Beispiel über Gewässern im Sonnenschein oder wie hier im Sternenlicht, das durch milchige Wellen des blauen Nachthimmels funkelt. Der Effekt entsteht durch die Leuchtdichte, also die Intensität des Lichts in den Farben auf der Leinwand. Der primitivere Teil unseres visuellen Kortex, der Lichtkontraste und Bewegung aber keine Farben wahrnimmt, vermischt zwei verschiedenfarbige Bereiche bei gleicher Leuchtdichte, aber der primaten Bereich unseres Gehirns erkennt den Farbkontrast, ohne die Farben zu vermischen. Aufgrund dieser beiden simultanen Interpretation scheint das Licht in vielen impressionistischen Werken zu pulsieren, zu flackern und seltsam zu funkeln. So zeigen dieses und andere impressionistische Werke mit ihren schnellen, markanten Pinselstrichen etwas verblüffend Reales über die Bewegung des Lichts. 60 Jahre später leistete der russische Mathematiker Andrei Kolmogorov einen Beitrag zum mathematischen Verständnis von Turbulenz mit der These, dass die Energie in einem turbulenten Fluid bei Länge r proportional zur 5 Drittel Potenz von r variiert. Messungen zeigen, dass Kolmogorovs Gleichung dem Verhalten turbulenter Strömungen sehr nahe kam. Doch eine umfassende Beschreibung von Turbulenz bleibt ein ungelöstes Problem in der Physik. Turbulente Strömungen sind selbstähnlich, wenn eine Energiekaskade vorhanden ist. Anders gesagt, große Wirbel übertragen ihre Energie auf kleinere, die das Gleiche in anderen Größenordnungen tun. Beispiele hierfür sind Jupiters großer roter Fleck, Wolkenformation und interstellare Staubpartikel. Im Jahr 2004 sahen Wissenschaftler durch das Hubble-Weltraumteleskop die Wirbel einer fernen Staub- und Gaswolke um einen Stern, die sie an Van Goghs Sternennacht erinnerten. Das motivierte Wissenschaftler aus Mexiko, Spanien und England, die Leuchtdichte in Van Goghs Gemälden genauer zu untersuchen. Sie entdeckten, dass viele seiner Werke ein ausgeprägtes Muster turbulenter Flüssigkeitsstrukturen aufweisen, das der Kolmogorov-Gleichung nahekommt. Die Forscher digitalisierten die Gemälde und maßen, wie stark die Helligkeit zwischen zwei beliebigen Pixeln variiert. Aus den für die Pixelunterschiede gemessenen Kurven schlossen sie, dass die Gemälde aus Van Goghs Phase psychotischer Erregung Fluid-Turbulenzen verblüffend ähnlich sind. Das Selbstbildnis mit Pfeife aus einer ruhigeren Lebensphase Van Goghs zeigt keine Anzeichen dieser Übereinstimmung. Das gilt auch für Werke anderer Künstler wie Münchs der Schrei, die zunächst ebenso turbulent erscheinen. Einerseits ist es viel zu einfach zu sagen, dass Van Goghs turbulentes Genie ihn befähigte, Turbulenzen korrekt darzustellen, andererseits aber auch viel zu schwierig, die mitreißende Schönheit dessen auszudrücken, dass Van Gogh in einer Zeit intensiven Leidens irgendwie in der Lage war, eines der komplexesten Konzepte der Natur wahrzunehmen und darzustellen und sein einmaliges geistiges Auge mit den tiefsten Mysterien von Bewegung, Flüssigkeit und Licht in Einklang zu bringen. Wenn du ständig dazulernen willst, dann abonniere unseren Kanal. Bleib neugierig, bleib informiert! Bis zum nächsten Mal! Gibt es viele Leute! Bon! Bist du eigentliche oh- Hier Das ist ein Geräusch! Oh! Es ist ein Geräusch! Er ist ein ein Geräusch! Du bist, du bist, du bist, du bist aber es geht. Und du bist, du bist, du bist! Du bist, du bist! Aufschmix! Vielen Dank.